Hallo, ich bin Annika Röber, ich bin 41 Jahre alt und ich habe 2017 angefangen mit dem Stando Paddling. 2018 bin ich das erste Rennen gefahren und 2019 war meine erste Rennsaison, die mir sehr gut gefällt hat. Deshalb freue ich mich wahnsinnig auf 2020, wo ich natürlich meine beiden deutschen Meistertitel verteidigen möchte in Tech Race und Sprint in der Master A-Klasse. Und ich möchte unbedingt das Surfen oder Stand-Up-Surfen auf der Welle lernen und ich freue mich auf meinen Freitschirmsprung, den ich dieses Jahr endlich machen werde. Und worauf ich mich noch sehr, sehr freue, ist, dass die Frauenquote beim Stand-Up-Hardling immer mehr zunimmt, wir immer mehr wirklich richtig gute Paddlerinnen bekommen und ich hoffe, dass es so weitergeht und dass wir dieses Jahr viele, viele tolle Frauen auf dem Wasser sehen. und wir tolle Rennen haben. Yeah, das war cool, vielen lieben Dank!